Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiss Customs. Original oder Repro, was ist noch echt? Das ist ein ganz interessantes Thema, denn gerade bei den Rohrrahmenmodellen kam das schon vor vielen Jahrzehnten auf, dass die Fahrzeuge nachgebaut wurden. Und hier haben man bestes Beispiel dafür für eine nahezu perfekt originale R62 und für eine weniger originale R63. Also das heißt, wir haben hier 750 Kubik Seiten gesteuert, 750 Kubik Kopf gesteuert. Das war das Spitzenmodell von BMW Ende der 20er Jahre. Mehr ging nicht. Modelle sind nahezu identisch und sind auch nahezu identisch mit der kleineren Schwester R52 bzw. R57. Warum die Zahlen jetzt irgendwie unterschiedlich sind, das kann ich euch leider nicht sagen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn ihr es da draußen wisst, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Also warum 62, 63 und 52, 57 und nicht 53. So, wir fangen an. Die 62 ist tatsächlich sogar ganz interessant, weil es eines der aller allerersten Modelle ist. Also wir bewegen uns hier 1928, ganz frühes Modell und auch von der Rahmennummer ist es glaube ich die, ach so, ich habe das mit Absicht abgeklebt, denn man kann halt eben viele Fahrzeuge nachbauen, deshalb muss man mit den originalen Nummern vorsichtiger sein, ist glaube ich die 86, 87 Maschine, die als R62 das Band verließ in München. Jetzt ist aber die Problematik, dass BMW selber für diese Modelle keine Unterlagen mehr zur Verfügung hat. Das heißt, bei BMW Classic ist es so, dass du deine Fahrgestellnummer abfragen kannst, erfahren kannst, wohin wurde welches Fahrzeug geliefert und das ist leider bei dieser Modellreihe sind die Produktionsbücher verloren gegangen. Dementsprechend ist das nicht möglich. Umso wichtiger ist dann ein originales Typenschild, denn damit lässt sich die Nummerngleichheit beweisen. Also das heißt, mit dem originalen Typenschild können wir jetzt sagen, Motorgetriebe ist nummerngleich und da kann man dann halt im Detail schauen. Man hat am Gehäuse eine originale Nummer eingeschlagen, dann hat man unten unter dem Zylinder eine Nummer, dann hat man in dem Fall nicht immer, aber im Getriebe nochmal die Nummer gespiegelt und man hat sogar in den Zylindern die Nummern auch, gab es die Variante, dass die Zylinderköpfe auch nummeriert waren. Nicht immer, aber es gab es. Also in dem Fall ist wirklich Motor, Getriebe und Zylinder nummerngleich und jetzt musste ich nämlich überlegen, was hinzu kommt, dass die Bauteile ja aus Gehäusehälften bestehen und die sind auch nochmal nummeriert. Also die haben eine Extranummer, dass man sieht, okay, die gehören zusammen. Das wurde im Werk gemacht, weil natürlich, wenn man die ganzen Lagersitze, Bohrungen und so weiter gemacht hat, das aufeinander abgestimmt hat und dementsprechend auch die Gehäusehälften zusammen waren und man auch die Toleranzen dort vermerkt hat. Ganz wichtig. Also auch, wenn ihr euch das heute anschaut, wenn das nicht mehr passt, ist es nicht ganz so schlimm, wenn es vernünftig gemacht wird. Also da darf man sich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ansonsten haben wir für diese Modelle eine gehobene Ausstattung. Scheinwerfer vorn, Hupe, Tacho, Lenkungsdämpfer, Rücklicht. Auch hier war das aufpreispflichtig. Also damals in den Listen von BMW war das wirklich vermerkt, dass das Fahrzeug nicht damit serienmäßig ausgeliefert wurde, sondern gegen Aufpreis erhältlich war. Das darf man auch nicht vergessen, denn wir hatten schon eine R52 und man erkennt das an gewissen Spuren, wo zum Beispiel die Tachowelle langläuft und so weiter, wo ich mir ganz sicher bin, dass das Fahrzeug kein Rücklicht und kein Tacho ab Werk hatte und wo wir es aufgefunden hatten, auch noch nicht hatte. So, Funfact, das erzähle ich euch auch immer wieder. Ich hoffe, ihr habt es euch langsam gemerkt. Dieses Rücklicht, das sagen umwogende JM3, lässt sich hier aus diesen Spangen entfernen. Dann habe ich hier mein lockeres Kabel und dann kann ich das hier hinten rausnehmen und kann das dann, also wenn ich das jetzt hier noch raushol, als Bordlampe nutzen. Und das ist der Hintergrund, warum das Kabel hier flexibel ist. Ist gleichzeitig ein Rücklicht und eine Bordlampe und dementsprechend auch hier lose, dass ich das Kabel einfach heraus nehmen kann und mir in der Nacht behilflich sein kann. Bei dieser Maschine handelt es sich um eine Altrestauration. Also wir gehen davon aus, dass das Fahrzeug in den 80er Jahren restauriert wurde. Dementsprechend auch sehr, sehr gut original war. Es gibt so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, das ist nicht ganz konform, dass das hier alles verchromt ist. Das müsste weitestgehend Nickel sein. Hier der kleine Hupenhalter, der ist mal selber gebastelt. Aber im Grunde ist das Fahrzeug hier von der Originalität her wirklich, also einmal durch die Nummerngleichheit und auch durch die Bauteile, sehr, sehr hoch. Selbst der originale Benzinhahn, auch das musste ich erst dazu lernen, ist der richtige. Das ist so ein Bauteil, wenn ich das sehe, dann hätte ich ja fast gedacht, vom Rasenmäher abgebaut, übertrieben gesagt. Was noch ganz interessant ist, bevor wir auf den Nachbau kommen, die Modelle haben sich auch entwickelt. Also auch BMW hat gemerkt, okay, wir können die Produktionsprozesse abändern beziehungsweise auch das Material verbessern. Hier haben wir noch eine frühe Gabel, die noch gemufft ist und hier ist dann schon die letzte Ausbaustufe. Auch wenn es hier Repro ist, ist es dem Original entsprechend, dass das dann hier schon verschraubt ist. Auch hier alles verstärkt, also dicker vom Material her und dementsprechend war das die letzte Rohrrahmengabel. Kurze Werbeunterbrechung, ihr habt die Möglichkeit, euer Fahrzeug aufzuwerden. Und zwar haben wir uns die Mühe gemacht, haben nach originalen Vorlagen Kennzeichen ausgelasert in verschiedenen Optiken. Also das heißt wirklich die ganz frühen Vorkriegsschilder, dann die gebogenen und natürlich auch das passende Heckschild dazu. Damit könnt ihr euer Fahrzeug auf jeden Fall kostengünstig aufwerten. Viele von euch wissen, dass solche Schilder kosten schnell mal 200 bis 300 Euro oder so ein kompletter Satz 500 Euro. Bei uns könnt ihr so ein Schild mit echter Patina in verschiedenen Stufen, also leichte Patina, starke Patina wie in diesem Fall für 60 Euro bekommen oder als kompletten Satz so oder so für 100 Euro. Das hintere Schild einzeln 50 Euro. Die Teile sind made in Germany. Also das heißt, die machen wir natürlich alles selber ausgelasert, von Hand lackiert, dann patiniert und mit einem Edelweiß Customs Stempel versehen. Natürlich machen wir keine Sonderanfertigung, sondern das ist eine größere Auflage. Immer dasselbe Schild. Einerseits bekommt ihr die dazu, wenn ihr bei uns ein Vorkriegsfahrzeug kauft und andererseits könnt ihr kostengünstig euer Fahrzeug aufwerten, indem ihr hier dann das alte Schild ranknallt. Alles das zu finden bei uns im Shop. Viel Spaß! Jetzt ist das Interessante, also wir reden hier von 18 PS, 24 PS, Kopf gesteuert, Seiten gesteuert, also hier wirklich das Sportmodell. Bin mir nicht ganz sicher, etwas über 4000 Stück wurden von diesem Modell gebaut, was nicht sehr viel ist und von diesem Modell im Original nur 800 Stück. Und jetzt ist es so, dass der Motor im Grunde dasselbe ist. Also das heißt, das Gehäuse und so weiter ist identisch hierzu. Ich brauche erstmal andere Zylinder und Kopf. Das heißt, ich könnte auch aus dieser 62 mit etwas Aufwand eine 63 bauen. Das wurde getan. Die Sachen gibt es als Repro und die Sachen gab es auch schon vor 25 Jahren auch schon als Repro. Das hier ist ein alter Repro. Das erkennt man an vielen Bauteilen, weil sie nicht so perfekt sind. Dann kommt es natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wer was fertigt. Die Repro-Bauteile sind erstmal nichts schlechtes, denn die ermöglichen uns solche Fahrzeuge, wenn auch nur fragmentartig vorhanden oder halt einfach belebt und gelebt wieder auf die Straße zu bringen. Dieser Spagat und das Schwierige dabei ist, erstens damit umzugehen, was ist echt, was ist falsch, weil ich kann auch so ein echtes Typenschild an so eine Maschine ranbauen und dann vermittelt die einem ja schon das Gefühl, dass er echt ist. Oder man kann halt auch etwas fälschen und da muss man aufpassen, auch wie man damit umgeht. Genauso bei so einem Fahrzeug. Der eine verkauft es jemandem als Original und es ist aber keins, was die Luft etwas dünner macht. Bei so einer 63 reden wir von über 100.000 Euro wert. Ich kann auch sagen, dass letztes Jahr in Las Vegas Fahrzeuge versteigert wurden, also R63 für 200.000 Dollar und das ist schon eine Menge Holz. Und wenn du dann so etwas kaufst, denkst, es ist Original, es ist aber Repro, ist es natürlich sehr schade, beziehungsweise es dir dann einer sagt. Deshalb gebe ich euch den Hinweis, achtet darauf wirklich. Man kann jetzt hier im Detail das durchgehen. Natürlich sind die Reproduktion deutlich besser geworden. Also heutzutage ist es fast nicht mehr feststellbar, wenn die Fahrzeuge einmal lackiert sind, was Original, was Repro ist. Wenn man jetzt hier ein bisschen im Detail schaut, kann man zum Beispiel an der Gepäckbrücke feststellen, dass die hier leicht dicker ist. Man kann auch im Kotflügel von der Fertigung die Spuren erkennen und was jetzt hier ein bisschen stark auffällt, ist der vordere Bügel. Das heißt, der ist wirklich zu dick, aber den gibt es mittlerweile auch schon deutlich dünner. Es ist jetzt hier nicht alles Repro-Motorgetriebe. Kardan sind Original, wobei ich trotzdem davon ausgehe, dass diese Anbauteile Repro sind, also Kopf und Zylinderkopf. Genau. Jetzt seid ihr dran. Im Grunde fahren tut sowas auch geil, auch als Repro. Es ist natürlich immer so ein bisschen der Aspekt. Man kann sich auch so ein Fahrzeug richtig leistungstechnisch aufbauen. Also man kann den Motor auch deutlich mit heutigen Mitteln deutlich frisieren, dass wir dann so von 30, 35 PS standhaft reden und das Teil dann auch so eine 140 locker läuft. Das ist schon brutal. Auf so einen Prügel hier, das ist es. Ich weiß es nicht. Was haltet ihr davon? Generell von der Thematik Original, Repro. Man muss auch sagen, dass es beim Motorrad viel schlimmer ist werttechnisch als beim Auto. Die Autos werden, ich sag mal, da bleibt die Fahrgestellnummer original und bei Porsche, VW und sonst irgendwas, da werden horrende Preise bezahlt und es spielt keine Rolle, ob das Fahrzeug komplett neu ist. Beim Motorrad ist es ein starker Wertverlust. Das muss man dazu sagen. Ich denke, ich habe euch alles mitgegeben. Ihr wisst ja selber, dass ich eine R62 habe. Also ich habe das Modell im Fundzustand. Ich bin da ja sehr bestrebt, dass der Staub da drauf bleibt, wie er drauf ist, weil ich das sehr, sehr schön finde. Auch um nochmal das Besondere zu unterstreichen. Und ich fahre meine R62 sehr, sehr gerne. Das sind jetzt natürlich Beispiele für sich. Wir starten die jetzt, um, dass ihr es auch mal gehört habt. Muss natürlich sein. Das sind natürlich auch ganz schöne Krawallbüchsen. Ihr habt die Chance, uns zu unterstützen und Mitglied zu werden bei unserem YouTube-Channel. Ganz einfach. Ihr könnt für 4,99 Mitglied werden oder 14,99 und uns damit immens helfen. Ihr bekommt einen kleinen Button hinter eurem Namen, also mit Edelweiß Customs. Und bei 14,99 bekommt ihr sogar regelmäßige Einblicke in unsere Scheunenfunde, in unsere Werkstatt. Ich mache mit euch eine direkte Umgehungsrunde. Das heißt, ihr habt wirkliche Vorteile und ihr erhaltet auch Rabattcodes für unseren Shop. Und das Ganze hilft uns immens, die alten Sachen weiterleben zu lassen. Vielen Dank. Das ist schon ordentlich, oder? Ja, nicht ganz so laut, die R62. Nicht ganz so laut, aber auch ganz gut. Etwas feinfühlig. Ich hatte jetzt natürlich gedacht, hier Luft auf, da Luft auf. Und so zeigt sich natürlich auch, dass wieder jedes Fahrzeug unterschiedlich ist. Noch fix für euch. Ihr habt es ja gesehen. Zündverstellung, Gas, Luft, Totmachtknopf. Also ich gebe hier einen Masseschluss. Habe hier meine Hupe auf dem Abwendlicht. Mein Schwert, das heißt erster Gang oben, zweiter, dritter Gang. Das heißt hier im Fahren dann, uh, jetzt bin ich hier schon fast losgerollt, dann hier nach unten dritter Gang. Und das war's. Mehr ist es nicht. Hier unsere Kardanbremse. Das ist noch vielleicht etwas Eigenwilliges. Also da stoßen wir immer mal wieder drüber, dass Leute da Fragen davorstehen. Ja, es ist einfach die Kardanwelle, die abgebremst wird. Von außen bremst man die Kardanwelle ab, dementsprechend auch nach hinten das Hinterrad. Später ist es dann natürlich auch nach hinten gewandert. Was mich noch interessiert, ob jemand dazu etwas weiß, denn 1928 sind diese Modelle als Nachfolger von der 42, 47 auf den Markt gekommen, waren verbessert, der Rahmen verstärkt. Man hat aber 1928 schon, obwohl diese Modelle gerade erst auf dem Markt waren, schon die R11-Reihe vorgestellt. Also die Fahrzeuge wurden nur zwei Jahre gebaut, relativ kurz. Man hat dann auch noch im Nachgang die 62 Modelle verkauft. Also 1931 findet man immer noch Werbung von diesen Fahrzeugen und hat dann schon die Stahlrahmen-Modelle beworben. Jetzt ist das zwar nicht eine R11, sondern eine R12, aber für euch geht das dann schon stark in diese Richtung. Also man hat eben diesen gepressten Rahmen und das 1928 schon angepriesen, aber erst nach 1930 auf den Markt gebracht. Eben dann auch nahezu, das muss man so sagen, mit demselben Motor. Also das heißt, an der Technik hat sich nur minimal etwas verändert. Selbst bei der R12 ist die Grundidee immer noch bei der 62. Also da hat sich natürlich etwas verändert, es hat sich entwickelt, aber der Grundaufbau, vielleicht ist das falsche Wort, aber im Grunde, ich hoffe ihr wisst, was ich meine, ist dabei gleich geblieben. Ihr wisst Bescheid. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu der Thematik sagt. Das ist ein bisschen auch, viele wollen das nicht wahrhaben oder natürlich, vielleicht ist auch schon einer drauf reingefallen. Wir versuchen mit sowas ehrlich umzugehen, deshalb machen wir jetzt auch kein Geheimnis daraus. Das ist ein wunderschönes Motorrad. Mega geil, aber es ist natürlich auch interessant, nur die Hälfte zu bezahlen für etwas, was darstellt, was auch was Besonderes ist, aber halt nicht so original, nicht diese Wirren des Zweiten Weltkriegs und so weiter mitgemacht hat, wie eine originale Maschine. Optisch beide traumhaft schön. Absolute Traumbikes. Also ich würde wirklich jetzt mich gern an eurer Stelle sehen und hinter der Kamera und einfach nur den Anblick genießen, das dürft ihr jetzt. Ich verabschiede mich, wir sehen uns dann bei den nächsten Geilen Bikes wieder. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.